Ja, jetzt aber noch ein kleiner, kurzer Disclaimer zum Gebrauch dieses Channels. Also hallo, wenn du gerade neu hier bist. Du wirst eine Fülle von Videos finden, die ganz unterschiedliche Gewichtung haben. Der Verein selbst hat zwei Fokus, Fokusse, Foki, wie sagt man das? Fokus, U-Deklination. Gemeinschaft, funktionale Gemeinschaft, ganzheitlich funktionale Gemeinschaft. Und schmerzfreie Gesundheit. Das sind jetzt einmal die Oberkategorien. Das heißt, manche Videos haben wirklich einen eher biomedizinischen Aspekt oder eben einen präventiv Schmerz Aspekt, wo Bewegungsformen gelehrt werden. Das hat sehr viel mit dem eigentlichen Allela-Yoga zu tun. Das sehr darauf abzielt, dass wenn man diese Körperübungen einfach relativ mechanisch macht, man schon sehr viel für sein körperliches Wohlbefinden tut. Und dann haben wir aber diesen Aspekt des gemeinschaftliches Miteinanderlernen, miteinander zu sein. Also das ist der Traum vom neuen Wir. Und wo sehr viele emotionale, teilweise auch spirituelle Aspekte aus unterschiedlichen Richtungen hineinfließen. Und wo das Yoga eigentlich nur Instrument, Werkzeug, Angebot ist, um Prozessbegleitungen im Gruppenbuilding-Prozess, im Teambuilding-Prozess, aber auch wenn wir dann im Alltag miteinander sind. Speziell für die, sage ich jetzt mal, die Nische Conscious, also ideale Nische ist Conscious Business, aber auch generell die alternative Szene, die so in Richtung Ökodorf-Gründung, Selbstversorgung gehen wollen. Und dadurch, dass viele Leute drinnen sind, die a. sehr viele Wunden vom System bekommen haben oder sich sehr gut erinnern können, auch an ihre familiären Wunden, diese dann leider im Ökodorf eins zu eins wiederfinden. Und b. sehr oft hochsensible Menschen dorthin kommen, das heißt Menschen, die unglaublich viel wahrnehmen und daher enorm viele Prozesse gleichzeitig haben laufen lassen, wo auch wirklich eine sehr verständnisvolle Gruppe, die auch mit diesen ganzen Levels umgehen können, auf sie warten und sie mehr oder weniger abholen können. Und dadurch seht ihr eh, der Kanal ist ein bisschen Kraut und Ruben. We are also having a lot of English international videos. Das hat sich jetzt im letzten Jahr ein bisschen mehr aufs Deutsche verlagert. Das wird aber wahrscheinlich wiederum werden. Wir sind ein Verein, das heißt, wir haben keinen Anspruch auf Perfektionismus. Ganz bewusst haben wir den abgelegt. Ich komme aus einer sehr, sehr perfektionistischen Welt des Showbusiness und der Eventbranche. Und das hat mich sehr, sehr belastet, immer perfekte Sachen zu liefern. Und ich musste sogar schon in dieser Branche lernen, gut ist besser als perfekt. Hier sind wir wirklich im Zusammenwürfeln von Ideen. Viele von diesen Videos, die ich jetzt aufnehme, teilweise ein bisschen zu lang sind, sind vor allem für mich, um eine gewisse Dokumentation zu halten von meinen Gedanken und Ideen, die auf meinen Weg kommen und die teilweise wirklich wert sind zu dokumentieren. Viele Dinge entstehen auch, während ich darüber spreche. Das heißt, für alle, die jetzt so ein bisschen so einen Qualitätsstandard haben und so kann ich mich mit dem Verein überhaupt einlassen und sonntest überhaupt Leute auf meinem Level. Also das wird sich in zwei Jahren noch komplett verändern. Also all das, was ihr hier jetzt seht, ist die Basisarbeit, um aus diesem dann eigentlich den neuen Channel herauszuschöpfen, der idealerweise auch von einem sehr professionellen Team geführt wird. Und deswegen lassen wir es hier auch ganz bewusst schleifen. Wir kümmern uns hier nicht zu wahnsinnig um Content Polishing. Wir schreiben keine Skripten. Wir reden relativ frei Schnauze und haben eine Assoziationskette nach der anderen. Das heißt, ich verliere oft manchmal den Faden, während ich spreche. Aber es ist wesentlich, die einzelnen Ideen festzuhalten. Und aus diesen Videos, aus diesem ganzen Forschungsmaterial, das wir hier zusammentragen, das bin wirklich nicht nur ich, es sind die Menschen, die mir begegnen, es sind die Menschen, die ich behandeln darf, die ich begleiten darf, die mich unglaublich inspirieren. Und so da mal herzlichen Dank speziell jetzt auch an meine Urbesetzung aus La Palma, Mai 23. Das ist schon so ein Grundstock von Seelen, die da hier viel geprägt haben. Diese Arbeit wird dann im zweiten und dritten Jahr in eine ordentliche Veredelung und auch in eine Dramaturgie gebracht. Und das geht einher damit, dass auch das Buch, der Traum vom neuen Wir immer noch ein Open-Source-Buch ist. Übrigens, ich verlinke euch dann die Gruppe in diesem Video. In der Telegram-Gruppe ist es gratis mitbearbeitbar. Das ist als Open-Word-Dokument liegt es auf. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht sogar hier in YouTube anhängen kann. Jedenfalls, jeder kann sich das eigentlich rausnehmen, etwas dazu schreiben, allerdings bitte in bestimmter Schrift. Dann müsst ihr nicht das rausstreichen, was euch nicht gefällt, sondern einfach etwas dazugeben. Wir arbeiten komplementär. Und keine Sorge, ich habe eh die alten Versionen alle gesichert. Also ihr könnt mir nichts wegnehmen. Nur es wäre schön, dass wir immer sozusagen mehr kulminieren. Also das ist die Idee, komplementäre Kreiskommunikation und auch Perspektivenzusammenführung zu machen, auch mit diesem Buch. Und wenn das alles dann zusammen rund wird, beziehungsweise einmal so viele Schnittpunkte hat, dass man wirklich einen ordentlichen Schnitt machen kann und wirklich Essenz für Essenz, Kapitel für Kapitel, vielleicht auch mit einem jeweils eigenen Video betiteln kann und publizieren kann, sodass wirklich das Publikum bereits schon in der letzten Version, bereits schon auch komplett hingeführt wird zu diesem letzten Werk, das dann immer, wahrscheinlich jedes Jahr eine Neuauflage erfahren wird, weil wir nicht aufhören werden mit der Forschung. Diese Wesen, die uns da sozusagen begleiten, auf diesem Weg werden sehen, dass von diesem relativ, sage ich jetzt einmal, gemischten Salat, den wir hier haben, irgendwann einmal ein schönes Gourmet-Buffet entstehen wird, das sehr, sehr vielen Menschen sehr viel dienen wird. Bis dahin bin auch ich noch in einer gewissen Unreife, sage ich jetzt einmal ganz ehrlich, wo ich auf der einen Seite nicht einsteigen möchte in diese unglaublich disziplinäre Arbeit des Scriptwritings und durchgesignte Videos machen, weil es mich einfach schlichtweg belastet und mich abhält von dem, was ich wirklich gerne tue, nämlich Menschen Schmerzen aus ihren Rücken bringen, aus ihren Seelen, die Natur genießen, den, wenn ihr so wollt, Druiden leben. Das ist jetzt die Phase in des Lebens, die ich jetzt leben darf und vor allem auch diese Vision, diesen großen Traum, wirklich auch geistig wirklich durchzufühlen und in der Forschungsarbeit in die Erde zu bringen. Und die Seminare bestätigen mir, dass alles, was ich mir so ausdenke, nicht nur heiße Luft ist und definitiv auch nicht nur Sternenstaub, sondern sich da auch umsetzen lässt und ich gebe mir da einfach diese drei bis fünf Jahre, die es halt braucht und habe kein Problem, dann irgendwann einmal auch ganz tief in die echte, sauprofessionelle Umsetzung zu gehen beziehungsweise dann auch wirklich Profis ans Werk zu lassen, die das auch als ihr Win sehen, also die diesen Content sehen als eine unglaubliche Erleichterung, weil so viel Reichtum da ist, dass man es eigentlich nur noch mehr vor die Kamera setzen braucht und in mir haben sie natürlich dann auch jemanden, der auch eine Ahnung hat von Message und Editing und bringe es auf den Punkt, das, was mir jetzt sozusagen in dem freien Sprechen manchmal schwerfällt. Ich versuche dann immer sozusagen die Schleife zurückzufinden auf diesem Punkt. Die werden dann mehr oder weniger Spaß haben, das dann mit mir umzusetzen. Hier, also das ist der Disclaimer, dass ihr ein bisschen eine Ahnung habt, was hier passiert. Ich hau gleich einmal das, nein, ich werde dann ein englisches Video auch nochmal extra aufnehmen. Hier, und dann wünsche ich euch viel Freude beim Durchstöbern. Es ist genug da und schaut euch die einzelnen Videos in Episoden an. Schaut nicht alle 30 Minuten durch, sondern schaut noch bis zu einer gewissen Minute und wenn ihr merkt, ah, jetzt driftet er ab, dann macht es eine Pause und steigt es aber wieder ein, denn aus diesem Abdriften kommt meistens ein sehr interessanter Zusatzaspekt. Hier, also das ist einmal so, so sind wir. Ja, ich weiß, ich merke, die Kamera wackelt auch und es ist auch alles sau unprofessionell und man sollte es eigentlich richtig mit einem Stativ machen und so. Und ich will das aber nicht. Ich habe da einfach zu viel, noch zu viel alten Ballast, den ich hier herumschreife, denn ich da hier sozusagen auf Perfektion gehe, dann müsste dann sofort das Soundstudio her und müsste der ganze Filmcrew daher und dann müsste das alles perfekt sein und ich habe mich von dem gelöst. Und das drückt sich natürlich jetzt noch daran aus, dass heute dieser YouTube-Kanal relativ unsichtbar ist, aber er erreicht bereits jetzt schon die richtigen Leute und sobald wir dann richtig in die Qualität gehen und dann wissen wir nämlich wirklich, wovon wir sprechen, dann haben wir nämlich alle Fehler nämlich auch wirklich auf Video schon gemacht und können dann wirklich auch wahrscheinlich einem sehr bissigen Interviewer oder einem Kritiker, einem Neider, denn auf das bereite ich mich jetzt schon innerlich vor. Dieses Baby hat so viel Kraft und so viel Power, dass es wahrscheinlich in seiner ersten Funktionalität, also wenn dann die ersten Teams dann schon stehen, die Allela Yoga Trainer Teams beziehungsweise die ersten kleinen Föderationen von Allela Tempeln, die die Allela Ethik und auch diesen Allela Ashram, der auch eine Akademie ist, leben und der ist sehr offen, der gibt immer nur Empfehlungen und hat sehr viel Gestaltungsmöglichkeit und den Nomaden, den Wesen, die halt eben von einem Ashram zum anderen gehen, ähnlich dem Wufink, nur halt auch mit einem gewissen, mehr gemeinsamen Bewusstsein, dann wird es natürlich ordentlich auch Schatten geben. Dann werden die Leute sagen, was glaubt denn der und was hat der denn für Inhalte und überhaupt und da gibt es ja genug Möglichkeiten, mich links und rechts flach zu legen und ich arbeite sehr daran, eben auch meinen inneren Krieger und auch meinen inneren Berserker aus meiner Familie, den ich definitiv habe, der sonst früher bei kleinster Kritik immer schon sofort losgeschlagen hat, immer mehr zu wandeln in diesen großen Alchemisten, der sagt, diese Energie spüre ich zwar, aber ich lade diesen Konflikt ein und verwandle ihn eigentlich, während er stattfindet, bereits schon in einen Friedensdialog, ohne dabei an Würde zu verlieren und führe dann tatsächlich auch einen echten, tiefen Herzensfrieden herbei. Vollkommen furchtlos und auch in einer gewissen Kontrolle mit meinen eigenen Drachen. Hier, also das ist so ein bisschen so die Idee, wir bereiten den Weg vor. Es ist, wenn ihr so wollt, ein bisschen der Humus, wie wir es hier im El Fayal von La Palma haben. Dieser Humus ist jetzt sozusagen diese vielen, vielen Videos, die einfach alle ein bisschen zu lang sind, manche aber auch doch recht anschaulich und diese werden sozusagen, bilden den Boden dafür, dass dann irgendwann einmal sowas dann wachsen kann und mit einer gewissen Perspektive von vielleicht nicht nur meinem Leben, sondern einer ganzen Generation von Wesen, sehe ich das durchaus möglich. In diesem Sinne, habt viel Freude mit dem Kanal, schreibt uns an, geht es gerne auch in unseren Telegram-Kanal, seid aktiv dabei, jetzt ist die Möglichkeit, wirklich mitzugestalten. Unser nächstes Seminar im Juni ist bereits schon in Vorbereitung, 23. Juni bis 30. und es gibt auch schon die ersten Anmeldungen, also hier geht es um das höchste Potenzial, genau um so etwas und wie du es dorthin zum Strahlen bringst, auch in einem, sage ich jetzt einmal, Setting, das ein bisschen mehr an ein Forschungslabor erinnert. Alles Liebe!